So, dann wollen wir mal starten, Leute. Hallo bei diesem neuen Video. Und zwar haben wir hier Pre-Release-Kids von Verborgener Ursprung und zwar genau 9 an der Zahl. Neben mir ist die Karin, das heißt wir haben heute 36 Booster und eine Karin. Nicht zum Aufreißen. Nicht zum Aufreißen. Äh, ja, okay. Und wir wollen heute mal schauen, sind 9 Pre-Release-Kids genauso gut oder vielleicht sogar besser als ein 36er Display? Welche Karte ist denn eure Most Wanted-Karte außer Giratina-Alternativ? Bei mir würde es, glaube ich, Volo sein. Volo Full Art. Ach, stimmt, der ist auch da drin. Und weißt du, was auch hier drin ist, was ich auch sehr geil finde? Das ist die Alternative Aerodactyl. Stimmt, und das Rotom. Und das Rotom und das Mautzinge. Aber Mautzinge können wir mal hinten ranstellen. Das sind die Pack-Artworks. Wir haben ja einmal Hisui Zoroark, Giratina, Gardevoir... Oh, stimmt, da sind auch Scheidungs drin. Jo, die Radiant, ja. Und mein Lieblings-Pokémon, Kupidos. Wollen wir mit Kartentrick machen, die ersten Dings? Ja, ja. Gut, ich halt schon sagen. Und Karin, du weißt, für jede Giratina, die du ziehst, bekommst du einen Urlaubstag mehr. Okay, ich bemühe mich. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir wirklich Karin einen Urlaubstag mehr für jedes Giratina geben sollten. Wir haben hier Seh der Stärke. Ja, richtig. Oh, cool. Das ist Duflor. Das ist halt von meinem Künstler. Ein Luminat. Ach, ich war gerade schockt. Der Schnurp ist ja mega. Ja, cool. Ey, ohne Witz, die Artworks. Hier nochmal Dein Ding. Eigentlich musst du doch wieder anfangen, den zu sammeln. Ja, true. Und ich schenke dir jedes Mal zu irgendeinem Anlass schenke ich dir die Vintage-Karten. Wie wär's das? Das ist doch ein Deal, oder? Okay, okay. Wir haben Rosanna. Rosanna ist aber erst im neuen Set, soweit ich weiß, gell? Ja, als Character-Ramon. Ich hab ein Kramschiff. Und hast du auch was? Oh, oh, Magneto. Nice. Oh, ich hab einen Tauburger. Nice. Hallo, Tauburger. Ach so. Ich hab das einfach so hingenommen, ey. Ja, das sehen wir mal. Nein, das ist ein Taubus, wie natürlich. Und hey, ohne Witz, wenn das jetzt so weitergeht, werden die Kids besser sein als ein Display. Auf jeden Fall. Ja. Aber so ein Premium-Hit würde ich schon irgendwie anders fühlen. So ein Giratina. Wie gesagt, ich will halt Volofolar. Das ist so mein Goal. Es muss ja nicht das Giratina sein, also bitte. Ja, aber das Giratina wäre schon aus Nonplusultra. Urs, wer ist denn? Urs. Der ist der von der Eiseninsel. Mit dem Riolo, der halt das Riolo eingibt. Ich bin der vierten Gen. Vierter Gen ist nicht meine Gen. Vierte, fünfte Gen habe ich nicht gespielt. So ein Banauser einfach. Das ist halt auch schön, das Artwork. Ich finde sowieso Iskala ein cooles Pokémon. Gab es übrigens jetzt auch letzte Woche eine Quest-Day. Oh, oh, oh. Hey, warte mal. Hä, warte mal. Ich hab auch kein... Das ist die Trainer-Galerie. Ach, die Trainer-Galerie. Oh mein Gott, was ist los, ey? Yo, pretty. Nice. Kabu, richtig schöne Karte. Habe ich auf alphanisch tatsächlich noch nicht gesehen. Und ein Pantimos. Na ja, gut. Schade. Hey, what? Ich weiß. Krippok und ich hab... Oh, Kugelai. Finde ich auch ein sehr schönes Pokémon. Ist so fast mein Lieblings-Fan-Pokémon. For real? Ja. Nach Kupidos, ne? Nach Kupidos und Dianzi natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Und was ist denn mit Gardevoir? Auch, ne? Tatsächlich... Oh mein Gott, das Booster war schon halb offen. Jetzt ohne jetzt wahrscheinlich Hate abzugreifen, aber ich kann mit Gardevoir so gar nichts irgendwie. Ich weiß nicht. Ich aber halt ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde auch Galagladi scheiße. Hatte nicht gesagt. Jetzt für alle. Jetzt für alle nochmal, er findet Galagladi scheiße. Scheiße. Wir haben hier ein Arzthäus-Phone. Ja. Ring, ring. Ein meditales. Mama, Mama, Telefon. Oh, Banditenschwestern. Oh Gott, die hießen doch Distelschwestern, oder? Nein. Ja, irgendwie so. Unkraut oder sowas. Unkraut vergeht mit. Ich muss dir ehrlich sagen... What? Oha, die sah richtig krumm. Deswegen war das Booster auch schon auf. Oh Gott. Ich muss dir sagen, im Game fand ich die geil, wenn du alles durchgespielt hast, dann konntest du richtig viele Sachen von denen abgreifen. Ja, das stimmt. Du hast die eigentlich komplett ausgenommen, ne? Finde ich gut. Oh, nice. Papinella. Aha. Sehr schön. Falter für Dennis. Brauch ich noch. Kram-Chef. Müssen wir weglegen. Ist auch ein Hit. Stimmt. Wann trägst du denn eine Falter-Sammlung? Vielleicht nehme ich das Video mal irgendwann mit dir auf, oder? Ja. Hier, Kanatora und ein Zappler-Rang. Nice. Von Faltern. Dann musst du dann halt alleine machen. Ich erkläre dir das. Toll. Sind ja nur Pugnen und Karten. Verstehe. So, aber noch so ein Hittchen wäre doch geil. Ein Hittchen, ein Schnittchen auch, ne? Oh ja. Lass dann später. Ich hab den Karten-Track-Pack-Kai. Wie schaffst du das denn? Ach man. Aber ich hab ein Kalamonier. Aber guck mal, vielleicht kann ja dann jetzt auf der letzten halt noch irgendetwas sein. Was sagst du eigentlich gerade zur Kartenqualität? Ich muss sagen. Die ist gut. Die ist echt gut. Also bis auf dieses Betora, was halt bei mir weggezackt war. Ja gut, das war aber ja natürlich nur ein Produktionsfehler, jetzt nicht von den Karten her. Aber das Centering von den Kammkarten ist schon mal. Die fühlen sich auch anders an, ne? Ganz gut. Ja, die sind wieder ein bisschen dicker. Wir haben hier Fantimos. Haben die? Ja, leider nichts. Oh, Giratina Vista. Aber kein Urlaubstack. Ein Urlaubstack für mich mehr. So, welche Privilege-Promo haben wir jetzt? Uh, Kurelei. Oh, ich glaube, ich bekomme jetzt das Gengar. Und habe das Gengar. Oh, nice. Ja, sieh an. So, dann hätten wir auch mal hier alle Privilege-Promos vereint. Also wir haben hier einmal, das erinnert mich an diese Vickless Champs Collections. Jo, Tatsache. Ja, da waren die auch so. Aber das Gengar sieht ja ultra geil aus. Aber ich muss sagen, ich glaube, von denen allen ist Kurelei mein Liebstes. Vom Artwork her. Das finde ich halt super cute. So, aber es geht weiter mit dem nächsten Booster. Und ich hoffe, dass das Set hier nochmal was gönnt. Wir haben hier Latta Necto. Ein Suzuki. Nyum. Du hast ja wirklich Suzuki. Du musst jetzt hier so ein Suzuki. Ja. So, wir haben Bronzel, Frisselblitz, Nebulak, Bittora, schon wieder Laminat, heute wieder ein Laminatling, Ariados und, uh, ein Hisui Viscogon. Nice. Mal gucken, was ich ja habe nach so einem Kurelei und ein Rihornio. Aber das Acker ist mega gut. Rihornio finde ich auch ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Wenn das halt auf einmal Surfer ankommt, dann ist man surfen der Stein. Kann das nicht auch irgendwie Feuersturm oder so? Ja, ja, Flammenwurf oder Flammenwurf. Da denke ich mir auch immer so, yo, was, warum? Geigen, guck mal. Okay, dann zeig mal was. Akromas. Oh stimmt, den kannst du ja auch in Fullard ziehen. Ja, aber den will ich nicht. Warum nicht? Keinen Bock auf den. Oh, warte mal, das Artwork brauche ich. Guck mal. Vulcano, Schluck. War das echt hier? Oh, stimmt. Krippbook, nice. Ah, das ist halt das Krippbook aus der Story, ne, wo es halt von diesen Mädchen da verfolgt wird. Und ein Pudox, guck mal, das ist dann was für dich. Der nächste Falter, uh, uh, uh. Wobei hier das Centering wieder halt gar nicht mal so gut ist. Ja, ich muss sagen, aber das ist bei den Character Rares irgendwie tatsächlich immer so gewesen. Da waren ganz, ganz selten welche, die, äh, wohl centred waren. So, wir haben Sensex und ein Voltenso. So, wie sieht eigentlich bis jetzt so unsere Poolrate aus? Wie viele von diesen Character Galerie Karten kann man halt pro Display erwarten? Hat man da schon irgendwie so eine Prediction? Es sind immer mit, mit denen hier zusammen sind es immer so drei, vier. Ah, ja. Also sind wir auch gar nicht so schlecht, äh. Panik-Maske, Alter. Rex-Bleezard. Der Nirgendwo-Sauger. Yeah, jetzt, jetzt wird ordentlich sauber gemacht hier, ich sag's euch. Wir haben hier einen Schalocco, auch eine schöne Karte. Ich hab ein Frise-Bliss. Oh, Lady-Full-Art. Oh, ja, stimmt. Die ist halt auch mega-pretty. Ey, dieses Set, wie groß ist das? Das hat eigentlich 196 Karten, ey, da kann man einiges. Wir haben hier einen Muggelbau, Paragoni, einen Fanto-Ross. Sign-O-Reverse, ne? Ja. Ah, wieso Funk? Wieso Funk? Ey, Mensch. Der, was wir noch gar nicht gezogen haben, ist ein Holo. Stimmt. Wir haben nur Hits. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also, lieber Hits als normale Holos. Was habt denn ihr bisher aus dem, äh, Set gezogen, Leute? Ihr wart doch bestimmt auch auf diversen Pre-Releases. Ja, schon noch aus dem Preis-Booster und so. Wir haben richtig schöne Packs und Dings auch. Ja, also richtig schön. Ich habe ein Swarones, was auch ein ganz cooles Artwork hat tatsächlich. Ja, ich mag diesen Stil, wenn das halt immer so ein bisschen verwaschen ist. Als wäre das so mit Buntstiften gemalt, gell? Bronzog und Bronzel. Und diese Schneebel, der als Seiberl da steht. Barso, Paragoni. Oh, schön den Skala wieder. Marconi da, wir haben Prisuliz. Oh! Mew in Gold. Die erwarte ich halt gar nicht. Oh, Starlos, nice. Wow, guck mal, back to back. Guck mal, ob wir noch irgendwas haben. Oh, guck mal, die erste Holo. So ein wunderschönes Pokémon. Nicht. Nicht. Oh mein Gott. Oha, aber schaut euch das mal an. Also Starlos ist schon mal mega geil. Ich finde das Shiny halt auch mega gut. Auch mein Fokus halt gar nicht am Start ist. Du musst ein bisschen näher durch. Noch näher? Oh ja, guck mal hier, Starlos. Starlos, so schön. Und was hast du? Ja, das schöne Mew halt, ne? Sehr schön. Spielbar, ne? Ja. Das ist halt das Krasse. Und wenn die ganzen Fleckleons rausrotieren, dann ist Mew richtig stark. Und dann mache ich mir, glaube ich, ein goldenes Mew-Deck. Ja, gar nicht dekadent. Also wir sind echt auf einem guten Weg, dass wir sagen können, wir sind tatsächlich besser als ein Wind. Natürlich sind wir ein bisschen teurer als ein normales Display. Ich mache mal demnach weiter hier mit einer Wasserenergie. Einem Gastrodotten, Lata Necto, eine Geschenkenergie, Quapsel, Hisui Fucano, Mirapla, ein Schlupf, Schneckmak, Skorgro, oh, noch mal ein Hisui Wieskogon. Nice. Ja, guck mal, ich meine, noch eine V. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Gucken wir, ob ich nachziehen kann. Roselia, Barnett, cooles Artwork und Piepsi. Ja. Dann haben wir wieder so ein verwaschenes Artwork. Stimmt. Sehr geil. Wir lieben verwaschene Artworks. Auf jeden Fall. So eine Charakter-Super-Rare wäre aber auch noch geil. Ach, ich muss noch keinen Trick machen. So, Lamina. Naht. Und wir haben Bronzong. Ups, ups, ups. Nirgendwo City, ey. Da muss ich Urlaub machen. Der gute Urs. Hier ein Libiskus. Snackmak. Legius. Pipi. Klapsel. Griffe. Rebarack. Skora. Lichter. Hinnazu. Oh, Mariteli. Oh, die ist so schön. Oh, mein Gott. Und eben noch gesprochen von einer Charakter-Super-Rare. Und jetzt haben wir sie gezogen. Und noch ein Skogu. Und ich habe ein Dimitrios. Ja, die ist halt echt schön. Die ist wirklich schön. Und die sieht tatsächlich, muss ich jetzt echt sagen, mal auf Deutsch viel schöner aus als die japanische. Weil die japanische ist richtig blass. Ich hoffe, wir können euch auch zahlreich hier bei uns im Local erwarten, wenn das Set rauskommt. Also das wäre sehr geil. Vor allen Dingen bin ich schon gespannt, was ihr alles im Laden zieht. Ist auch immer krass, ne? Du sitzt dann da irgendwo vielleicht mal im Büro. Und dann hörst du halt... Ja, das war so geil, als hier ein Junge hat sich ein Dings gekauft, ein Loss-Nabyss-Display und hat das Giratin-Alternativ gezogen. Ja. Die ganze Bude wurde zusammengeschrien. Ich sag's euch. Oh. Karin, du bist ja eher so ein richtiges Goldstück. Ich mach dir nach mit dem Goldfinger, ne? Und Kram Chef. Oh, Scalabra. Auch so ein schönes Artwork. Ja, Mann. Aber ich sag, guck mal, zwei Goldkarten hintereinander. Ja, richtig nice. Und das Pikachu ist auch super sexy. Und ja, genau. Das dann würde ich mir echt wünschen, dass ihr hier eure Packs aufroppt und ordentlich Puls zieht. Genau, was ihr auch nicht vergessen dürft. Wir haben jetzt am Samstag noch mal ein Turnier und wir haben ein Sommerfest. Das heißt, da dürft ihr euch auch auf spannende Sachen freuen. Also es wird echt ein wildes Wochenende, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Oh, wir haben schon wenigstens so eine Vista-Marke. Nice. Hoch, hoch, hoch. So, Rizros. Koalelu. Myrapla. Rosarada. Pikachu. Oh, das ist dieische Pikachu. Und Rihon. Orosana. Und, ach, ein Kappo. Aber auch, ich muss sagen, die Artworks von den Raids finde ich irgendwie cool. Wir haben hier Lady. Ja, ein gemein. Oh, guck mal. Oh, Papinella in Holo. Nice. So, Energie. 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 Hinazum. Leute, es ist schon spät, deswegen wir müssen jetzt. Naja, in Wirklichkeit haben wir gerade irgendwie 10 Uhr. Ja. Abends. Abends. Nein. Voll. Im Flunkiefer. Schalennos. Schnackmack. Schnackmack. Seelerstärke und ich hab Irgel. Oh, noch eine Giratina. Sag mal, hör auf mir die Giratinas wegzuziehen. Ich würde auch Urlaub machen, ey. Wir ziehen nur Giratinas. Ja, aber das ist halt auch sein Set, ne? Du hast die falschen, äh, Kits. Distma. Die falschen Kits hast du erwähnt. Ja. Lady. Escora. Oh, Piculente. Ein süßes Medidi. So was auch schön. So was auch ganz nice. Bittora. Ach, hier ist doch dann auch das goldene Soroark drin, oder? Ja, ja, Soroark irgendwie. Oh, Relaxo, nice. Ich hab nur eine Nirgendwo. Oh, Chrystelia. Die ist schön. Uh, guckt euch mal an hier. Ah, ich hab eine Non-Holo-Zapplerrang. So, dann mach ich mal weiter. Genau, schmeiß alles runter. Ich mach ruhig weiter. So, ich, aus Cruddle. Das ist hier so die Barschuft. Hosanna, Makuhita. Na komm, irgendetwas Cooles muss ich doch hier... Oh, oh, die Kate. Die ist echt pretty. Und eine Holo. Nice. Ey, das ist ja mega gut. Ich hab nochmal den Suzuki. Oh, die Kate ist auch eine sauschöne Karte. Was hat die eigentlich für eine Marke? Ist das auch ein F? Ne, ein D. Das heißt, sie rotiert dann auch raus. Schade eigentlich. Ein F? Ach so. Ja, die Kennungsbuchstaben. Weil das ist eine Karte aus Vivid Voltage. Stimmt. Ist ja nur ein Reprint. Legios, Magiana und... Uh, Quatsch. Oh, das ist mega cute. Ja, Mann. Mein letztes Booster. Deins auch. Oh nein, wir haben beides Scrupidors. Scrupidors? Scrupidors. Hä? Ach so. So. Ich würde gerne wissen, wie die Karten aus Purpur und Karmesin aussehen werden. Oh ja, ob die sich vielleicht was komplett Neues überlegen, das wäre halt super. Weil ich meine, wir haben jetzt schon den ersten Blick auf die EX-Karten erhaschen dürfen. Aber was mich interessieren würde, ist wie die Ultra-Rairs dann aussehen. Yo. Ob die wirklich angelehnt sind, ob die wirklich angelehnt sind an die EX-Karten mit dem kleinen EX, mit dem Silberrand. Oh, ein strahlendes Gardevoir. Oh, ein strahlendes Gardevoir. Schön. Oh, da haben wir auch unsere strahlenden, ne? Ne, wir hatten ja schon Status. Ja. Die letzte, die hier noch drin ist, das ist, glaube ich, Chirachi kann es sein. Ja. Und ein Traumburg. Da kann ich ja schon mal das letzte Kit aufmachen. Yes, Karin, die letzten vier Booster und ich würde behaupten, wir sind schon weit, weit drüber über einem normalen Display. Ja. Ich wähle weise und zwar nehme ich das hier. Okay. Ja, mit Giratina bin ich fein. Vielleicht ziehe ich ja endlich mal eins. Hashtag Karin braucht Urlaub. So. Auf Madeira. Ganz exklusiv. So, wir haben hier Coalelu. Ups, Rex Biese. Werkzeugkasten, ein Hariyama, Maholo, Pikachu, Rosana, Rappla, Lichtl, oh, ne Full Art, nice. Und Gurulei. Und die ist halt auch gar nicht mal so bad gesentert, guck mal. Die ist halt eigentlich für unsere Verhältnisse, sag ich jetzt mal, richtig gut. Ich hoffe einfach mal, dass die Karten so weiterhin bleiben. Last Pack Magic von Spide, ne? Yes, genau. Die letzten zwei Booster, dann sind wir mit 36 Boostern durch. Und dann können wir sagen, wir haben auf jeden Fall besser als ein Display gezogen. Können wir jetzt schon sagen, ja klar. So, ich habe Machok, Suzuki, Akromas, Rokara. Aha. Hm. Geil. Linfug. Geil. So ein Stein. Leufeo. Schneebedeck. Nebulak. Kripok in Reverse. Rikulente, Soroa, Sederstärke. Okay, dann schauen wir mal. So, und ich habe... Oh, ich habe einen Gengar. Oh, ich habe einen Gengar. Sehr cool. Die Quoten-Holos müssen ja auch noch da rein. Aber ich würde sagen, wir haben super gut gezogen. Auf jeden Fall. Mega gut. Und ja, schauen wir mal, was das ganze Release dann bringen wird. Ja. So, ich habe einen Gengar. Also, ich habe einen Gengar. So, ich habe einen Gengar.